Ich mag sehr sleepovers. So, ich werde dich eine sehr sanftige Facial geben und auch ein bisschen mit deiner Haare spielen. Und ja, ich habe dich vermisst und es zeigt, dass wir zusammen genießen, wo wir unser Gesicht und Skincare machen. Also, lass uns anfangen. Erst werde ich diese Handschuhe antragen. Sie sind sehr klein. Nächstes Mal werde ich nicht eine Small kaufen, sondern Medium vielleicht. Ja, ich habe so viele Blutprodukte. So, du kannst einfach deine Augen schließen. Und ich werde mit deinen Haaren und Gesicht sehr sanft berühren. Und ja. Okay. Also, erst werde ich deine Haare zurück von deinem Gesicht machen. Also, wir werden das gleich... Gut, 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 gut. Und dann die andere Seite. Nice. Okay. Und dann... Du hast ein paar Stücke, die noch in deinem Gesicht sind, so. Ich werde das von deinem Gesicht auf dem Weg machen. Okay. Okay. Und das ist gut, dass du dein Gesicht schon gewascht hast. Also, erst werden wir mit unserer Lotion Tonic die Reste von deinem Make-up, werden wir das von deinem Gesicht aufnehmen. Und ja. Okay. Okay. Bist du bereit? Okay. Wir könnten hier eine kleine, 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 kleine Napkin benutzen. Und dann... Und wir sehen... Okay. Ja. Das ist... Es riecht so gut. Ich liebe diese Marke. Clarins. Okay. Und... Und dann... Okay. Good. Jetzt bist du bereit für die Reste von deinem Gesicht behandeln. Und, ähm, ich werde auch ein paar Notizen machen, nur so dass wir uns erinnern können, was wir heute gemacht haben. Und diese. Okay. Okay, so wir haben erst unser Tonic und, ja. Und dann, so das ist Schritt eins. Und dann Schritt zwei werden wir mit unserer Gouache benutzt du Gouache, weil es ist so für mich meine eigene Behandlung so sehr wichtig. Ich fühle mich, dass mein Gesicht schlimmer nachher ist, wenn ich das täglich mache. Ja, okay. So. Sehr, sehr sanft. Und dann gehen wir auf die Fangen oder Fangen erst. Und kleiner, sehr kleiner, wie ein Buchstabe N oder M. Und jetzt auf die Kinn, in die Kiefer. Okay. Perfekt. Und, ähm, das hier ist, es hat, es gibt hier diese, like, uhlgefühle, so dass es warum. Und, ähm, ich mag da sehr, so dickwasher ist. Ja. Und dann gehen wir, äh, mit ein Metall, ein Metall-Gouache und auf die Hals, so dass es kalt, sehr kalt, sehr kalt. Und, und, gut, gut, okay, eine sehr gute Lotion, ähm, das ich gerade mag, ist etwas mit Ceramides. So, das ist, es mag deine Haut sehr, sehr sanft und es fühlt ein bisschen, ähm, gesünder aussehen nachher. Und, ähm, das riecht, äh, nicht so stark. So, lass uns ein bisschen, und das benutzen. So, ich werde ein kleines bisschen, neben meinen Fingern und auf dein Gesicht. cultura, nachher, 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 nachher. Und dein Herz. Perfekt. Okay, dann mit die beiden Hände. Perfect. Und auch hier ein kleines bisschen Uel und das kommt auch von Clarence Paris. Es hat, es heißt Santal Treatment Uel 100% Plant Extracts for Dry Skin. So, das ist super. Nach einer Hautbehandlung. Okay, wir öffnen. Ein bisschen Uel und dann auf meinen Finger ein kleines, kleines bisschen. Okay. Und auf die Haut. Auf deine Haut. Und du siehst so, dein Haut sieht sehr, es ist nicht so trocken jetzt. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Okay. Und wir werden das auch jetzt schreiben. Also, haben wir ein Gesicht, Uel, haben wir benutzen. Und dann, und dann haben wir Ceramides. Ein Ceramides. 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 Lotion, benutzt. Stoppen. Hoppen, via. Okay. Und das ist das. Wir sind mit Ceramides fertig. Also, auf, 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 auf. Und diese Teil. So. So, wieder. Du siehst sehr, 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 sehr schön aus. Du warst schon sehr schön für das gemacht. Amen auch. Und, okay. Jetzt. Das ist, das ist sehr, ähm, beliebt in die letzte, letztes Jahr ist diese Stem Cell Lotion und ich hab bemerkt, dass ich siehe, ähm, für meine eigene Haut, das ist, ich sehe ein Unterschied. Und, okay. Und das riecht nach Lavender. Okay. Vorstören. Die Wange. Die Kinn. Die Kiefer. Ein kleiner Massage auf die Kiefer. Und. Mehr für deinen Kiefer. Diese, ähm, diese, ähm, Tool ist auch sehr, 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 awesome. Super benützlich. So, man kann die Maskellen oder der Maskellen von deinem Kiefer, ähm, ruhig machen und, äh, ja. Ja, okay. So, ich werde das roll and re-roll auf deinen Kiefer. Gut. Und, äh, ich kann das mit dieser hier, wenn das ist auf die Boden, dann kann das ein bisschen gentler auf dein Gesicht. Okay. Rolling. Perfect. Gut. 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 Du hast ein sehr schöner, ähm, 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 ja, Kiefer und ein, dein, 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 de fibers, So the shape, the shape of your face looks really nice, nice and relaxed. So we have here, we're just going to get a little bit more of your hair out. And a little bit more of your hair out than from your face. Super. And that's also very good for your head. So we're going to do this oil a little bit in the hair and then you can just wash it later. Yeah. Okay. Next, what we're going to do with you is... Is this this for your body? First, who is your body? Yes. So, that's for your skin cells or the dry skin cells. We're going to do this for your body. And this comes from Dr. Babur. I bought this in Hamburg. And this is these little pads here. They have a chemist on it so that the old hair will come out of your face. Just come out of the face. So. 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 und dann die Nebeln und dann nach oben und gut auf diese Seite gut auf deine Nase diese kleine Ecke in die Nase hier das ist auch ein sehr sehr gute Platz für diese kleine Pads so, ja okay, perfect und lasst uns das auch draufschreiben okay, so there was Nummer 4 haben wir Dr. Papor Pads und haben wir auch was noch ab okay, next eine Gouache für den Korper das ist super neu für mich diese diese tool so das ist das hier und ja so man kann wenn du super eng Muskeln haben das kann dafür helfen oder wenn du Schmerzen irgendwo haben also ich werde das nur sehr leicht aber für dich benutzen also okay nur sehr zahm auf die Schultern und die andere Schulter und auf deine Arme und auf deine Haut sehr saft okay cool und lass mich deine Haarklippe einfach fixieren warte perfekt okay das ist die meiste behandlung das ich für dich heute machen möchte aber so wir haben unser skin stem cell night lotion mit lavender cool cool so yeah Ja, wir können diese jetzt wegnehmen. Und wenn du super jetzt müde bist, lass dich schlafen. Und ich werde auch ein bisschen diese Ceramides Lotion für mich auch benutzen. Es ist super schön für die Hände, also ich kann das auch für deine Hände auch benutzen. So. Oh, das ist viel. Das ist ja... Gut, so, das ist Ceramides and... Ja. Okay. Es mag dieser. So, jetzt meine Hand sieht so viel gesunder aus. Oh, little cracks. Und ich werde für dich auch eine Händemassage geben, also kann ich deine Hände haben. Okay. Danke. Okay. 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 Oh, das macht für mich viel Spaß und, ähm, hoffentlich du hast das auch genießen und kann ich warten bis das nächste Mal. Okay. Schlaf gut. Ich werde auch gleich schlafen. Ich werde auch gleich schlafen. Also ich werde ich euch mit dir��. Okay. Okay. Okay.